Hallo, mein Name ist Noah Hannawald und ich bin 17 Jahre alt. Ich spiele derzeit beim SV Waldhof Mannheim 07 und bin dort Stürmer, kann aber auch auf dem Flügel und auf der 10 spielen. Meine bisherigen Vereine sind VfB Lampardheim, TV Lampardheim, SV Waldhof Mannheim und zwischendrin habe ich beim FSV Mainz 05 gespielt. Mein Vorbild seit der Kindheit auf ist Samuel Eto'o und derzeit Memphis Depay. Wenn ich FIFA spiele, spiele ich am liebsten Olympique Lyon. Meine persönlichen Ziele für dieses Jahr sind es, meine Verletzungen auszukurieren und verletzungsfrei zu bleiben und auf lange Zeit Profi zu werden. Und meine Ziele mit der Mannschaft sind es, in die A-Junioren Bundesliga aufzusteigen oder mindestens unter die besten drei Plätze der Liga zu kommen.